Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight mit der Spirit und wir versuchen sie alle zu töten. Ah, ich glaub's nicht. Ich hatte vorhin echt ne hammerstarke Killerrunde. Ich muss mich selbst loben. Und die Aufnahme ist verkackt. Ich könnte heulen. Ich hör euch. Okay, die ist hier lang. Wo willst du hin? Wo willst du hin, Clodet? Nee, echt. Das war so mech... Das war so ne geile Runde. Ich hab so gefeiert und wollte das eigentlich gleich noch rausspielen. Das muss ich veröffentlichen. Das ist so cool geworden. Ja, Aufnahme am Arsch. Ich hab wirklich mich selbst gefeiert. Ich mach das ja sonst nicht. Aber so ne scheiß Freude. Oh, jetzt hab ich den Chen vergessen zu, ähm, dingsen. Entschuldigung, ich campe nicht, aber... Ja, dann lieg doch gleich nochmal hin. Was machst du denn für'n Scheiß? Wir müssen neuen Haken. Passt er dir nicht, oder was ist los? Ich wollte eigentlich nur den Chen noch kurz anhalten. Hä? So, Neon. Du bist gleich der Nächste. Danke fürs Vorbeischauen, du Arsch. Genau wegen solcher Typen, ne? Kämpft man so schön. Ja, hab ich ja hier gleich einen in der Nähe. Ja. Kriegst gleich den. Ne? Ne, ja. Wie findest du das? Ich werd mir so richtig schön Zeit lassen hier. Um hier wegzukommen. Da nehm ich genau solche Aktionen. Verstärken des Campen. Also das, äh... Wo seid ihr? Ich hör dich. Liegt sie? Aber ich hab sie erwischt, ne? Ja, die Waffen. Ah! Alles klar. Scheiße, ich kann noch nicht, ähm... Vielleicht seh ich noch die Spuren. Hier. Hi. Ist ein bisschen auf dem Kiek, hab ich sie. Die läuft hier oben. Na, komm. Das reicht. Ah, wie blöd, ne? So, du blödes Ding, ja? Komm schon. Komm, 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 komm. Ich hör sie nicht. Ich hätte eigentlich am liebsten überhaupt keine Musik. Wo ist sie? Okay. Komm, komm, komm. Okay. Okay. Da ist einer hier. Er spricht mit mir. Scheiße. Oh. Ja, mir gibt es Punkte. Scheiße. Die werden entkommen. Die werden alle entkommen. Ich habe sie gehört. Hä? Hier war aber... Ja, ich höre sie, dass sie da sind. Ich habe sie gehört. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Die ist jetzt ganz bestimmt hier zum Tor. Danke für die Punkte. Wenigstens ist das nicht. Nein, 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 nein. Meine Lieben. Ich weiß nicht. 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 Aber es geht halt nicht immer gut. Aber einen immerhin getötet. Und ich glaube so ein bisschen Funkt hat es gegeben. Ja. 15.000. Na ja. Okay. Schön, dass ihr mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.